Jetzt wollen Anne und Moritz hier runterfallen, über diesen Hügel, genannt den Todeshügel von Seefels. Mal schauen. Irgendwann müssen sie mal kommen. Irgendwann müssen sie jetzt mal kommen. Da tut sich was. Da kommen sie. Da kommen sie. Und Anne todesmutig und Moritz nach viel Mut ja. Ich nehme jetzt den Todeshügel. Nein, ein bisschen mehr Action. Gut, okay. Dann jetzt Moritz. Mutig, gut. Dann hat er sich das getan. Der Moritz Paulik ist gestürzt. Hat der sich jetzt gesprungen, Anne, aber wie? Na klar. Und alles heile. Super. Leider gibt es Abzug in den Haltungsnoten. Das müssen wir nachher nochmal machen.